Also ich filme jetzt einfach nur den Hund so ein bisschen, was er macht und ich muss euch was sagen. Ihr glaubt wohl dann, wenn ihr die Videos, wenn ich sie reinkomme und in dem Spiel jetzt zieht, dass dies falsch geschrieben ist mit dem Ding. Das stimmt nicht. Ich habe es richtig geschrieben von drei. Ich habe nur das ganz allererste, das ich gemacht habe, wo wir den Hund erst gekauft haben und dem Namen gegeben haben und so aus Versehen gelöscht. Und dann habe ich mir gedacht, lösche ich das zweite auch. Und das soll jetzt dafür eigentlich, haben wir den Hund da schon und alles, aber das soll jetzt einfach, dass ihr wisst, was ich getan habe. Und, dass ihr wisst, also der Hund ist ein männlicher, also Schäferhund. Also es ist ein, der Hund heißt Delgado. Wir haben ihn Delgado genannt, haben ihn ein rotes Halsband angelegt, ja. Er ist ein deutscher, männlicher Schäferhund und er mag mich so 96. Und, also bei ihm steht ein neugieriges Männchen, das mit allen gerne spielt. Und, ja, also, ähm, er ist rundlich, hat ein bisschen Hunger, nicht durstig, sehr sauber. Also wir geben ihm jetzt etwas Futter. Das sollte nämlich dazu eine kleine Ausgabe sein, damit ihr wisst, wie wir ihn genannt haben und so. Und, ja, mit dem allererste, allererste Trick, was sitzt, dann haben wir keine Tricks mehr gelernt. Dann haben wir ihn keine Tricks mehr gelernt und erst heute geflavt und gefreit und down. Und morgen lernen wir die nächsten Tricks, außer es geht später wieder, dann später noch, dann mache ich da noch ein kleines Video, dass ich dann, ja, ihm die zwei Tricks lerne. Auf jeden Fall, äh, speichern wir jetzt erst mal. Speichern wir und dann schalte ich, also, jetzt sage ich auf Wiedersehen. Und das war's für heute, Leute, mit My Let's Play Nintendos plus Cats französischer Bulldogger. Tschüss! Tschüss!